Vielen Dank für den Erwerb dieses Hörbuches. Ich freue mich, dir das Thema Innere Blockaden näher vorstellen zu dürfen und wünsche dir viel Spaß mit diesem Hörbuch. Außerdem möchte ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen bei dir recht herzlich bedanken. Falls dir das Hörbuch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dir eine Minute Zeit nehmen würdest, um eine Bewertung zu verfassen. Das würde sehr helfen. Viele Hörer wissen gar nicht, wie wichtig diese für uns Autoren sind. Aber Rezensionen machen einen großen Unterschied aus. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit diesem Hörbuch.